Wie neigierig er ist. Ist das ein Weibchen? Das habe ich gemeint. Der Spatz hatte ich schon auch nicht gesehen. Jetzt ist er. Jetzt ist er auf der anderen Seite. Dort ist der Spatz. Und er hüpft so wie der Phönix miteinander. Jetzt ist er gerade 9.30 Uhr. Das gibt er auf die 2022 für die Flamme Schäule. Und wir werden sehr schön zwei Trello zahlen.